Ja, bisschen creative noch, bevor er ausmacht. BVB-Opa ist live. Ja, der hat mich mal gehostet. Geil. Aber der Name ist Programm, ey, bei ihm. Also, es gibt Dekus-Mesh noch und Kamekameha. Kannst du beide gleichzeitig nehmen, ne? Ja, Kamekameha ist eigentlich nicht neu, wurde schon in Kapitel 3 eingeführt. Aber wie ist denn das, wenn du einen driffst, macht das viel Schaden? Ja, du musst einfach nur auf ihn bleiben, auf den Charakter. Wenn du ihn nur einmal streifst und an ihm vorbeiziehst, verreckt er aber nicht, ne? Ne, das macht nur 100 Shit-Break. Ne, es gibt neue Realitäts-Erweiterungen. Ah, hab ich gesehen, da war was. Da gibt's sogar mythische Munition, da gibt's eine mythische Pistole. Echt? Ja. Wieso magst du eigentlich diesen, äh, Tanz? Keine Ahnung. Ich find den Sound nicht so schlecht. Dragon Ball. So, wohin? Äh, kannst du entscheiden. Ich find den Spot eigentlich ganz cool. Kannst du relativ in Ruhe dir Waffen holen, dann gehst du vor, wo wir sonst immer landen und kannst dir von hinten alle abziehen. Wissst du, es gibt jetzt einen Modi, der wieder drin ist, der heißt Pures Gold und da ist die Heavy Sniper drin. Oh, nice. Aber das wird bauen. Leider. Jetzt bin ich irgendwo hin. Loll. Und ja, diese, und das mit Strang Ball, das kann mit keine Ah. Das sind, äh, so welche Katzen, die siehst du, wenn du auf der Map, äh, sind, ist, äh, fliegen. Wenn du die siehst, dann sind, auf der Map, die fliegen dann. Okay. Guten Morgen, guten Morgen, sterben Sie bitte jetzt, danke. Ich bin heute wieder toxisch. Niedergeknüppelt. Frag mich, wie die Wahrscheinlichkeiten sind für, ähm, mythischen, ne, gelegitären Lootrop, also goldnen. In der normalen Kiste. Äh, das kann manchmal passieren. Sehr selten, ne. Guck mal, ich hab'n Huhn. Ich fliege mit dem Huhn. Ja. Geräusche von dem. Nice. Oh, ich hab' hier eizige Schlitter-Party. Guck mal. Hier. Ich hab' Eiswürfel. Guck mal. Hier. Hier. Also wenn du schlittere, guck. Cool. Da kann ich ein bisschen weiter schlittern halt. Ich geb' dir die Kron-, diese Kroni. Ah, nice. Du bist, jetzt steigt der Druck zu gewinnen. Du hast hier alles angebrannt. Bisschen. Bisschen angebrannt. Hab' Fuß-Steps irgendwo gesehen. Warte mal, schau mal ein bisschen Munition hier. Perfekt. Hier ist Piggy. Ah, hier. Guck mal, da hinten ist Dekosmash. Danke. Wir landen doch eigentlich deutlich mehr. Wir sind jetzt im Kreis. Ja, aber vorher holen wir uns noch da. Kamehameha. 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 Hast du eins? Hast du Kamehameha? Ja. Brauchst du was? Ich hab' noch viel Gold. Nee, nee. Oh, schau. Äh, Feldschnitter. Perfekt. Die Wolke ist auch nicht schlecht zum, zum Entkommen. Oh, nice. Dann kriegst du dafür die. Dann kriegst du die Muni für die. Die verbraucht zu viel. Oh. Aber mit dem Fall ist voll der Bot, oder? Der Mate ist da hinten. Hier. Aber den Kamehameha ich jetzt. Boah. Fett erwischt. Die ist ja geil, die Attacke. Boah. Was ist das Dekosmash? Kamehameha war das. Boah. 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 bock in der nähe okay der ist ohne gewirr ist keine ahnung irgendwo da hinten das ist jetzt so viel movement ja diese diese kapseln die fliegen ja da drin ist kam ich habe ich aber haben jetzt gekauft den gibt es sonst da okay verstehe landen irgendwo das deco smash und kmmh ist das nicht irgendwie op ich jetzt mal ausprobieren wenn du stürfst deine schuld okay oh krass was ich jetzt alles drin habe schon mal mein inventar so krass geil wenn die erste jetzt auch noch golden wäre so mein perfektes inventar jetzt müssen wir uns voll konzentrieren meistens gibt es hier was zum aufwerten oder soll ich die auch golden machen dann hätte ich das perfekte inventar hier ist irgendwas ich guck mal mit wolke nicht sterben da hinten hammer der ist mit hammer weggegangen wo ist der er ist mit hammer weggegangen boah ich hab ihn richtig episch aus der luft geholt 100er break ist das geil ich hab irgendwas erwischt nice übel rasiert hier ey ich wusste das wird die ähm ähm fortnet community übelst ausrasten ne muss ich nur sagen oh ja ja wieder ey fortnet wie du hast so ne scheiße reingebracht wie ein geiler clip wieder hat es gut rasiert wenn ich wieder KMKH kriege hätte ich ja rasiert ich dann jeden wieder wolke plus hammer perfekt von wolke und KMH in kombi ist ja schon richtig böse ja so hoch aus der luft halt bloß Dekos mech ne boah übel kannst du ja beide hintereinander zünden ne jetzt muss ich ausprobieren oh 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 phew ich dachte ich kriege jetzt Freude mit ich spiele auch oh oh ja hier ist ein Auto nicht machen nicht schießen ok schießt 32 ah hast du mich gehittet scheiße tu mir leid tu mir leid verreck ich gleich verdammt wo ist der andere der ist weggegangen kann ich jetzt hier nicht holen der kommt gleich ja ja da da vorne der ist schon weg hola 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 fuck ehh 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 egal hallo ja hörst du mich warum was ist gerade passiert ja ich wurde gekillt bei mir standest du nur rum und hast gerannt ne ne ich bin geslidet und da wurde ich noch mit einer Kugel knapp erwischt bevor ich in Deckung war bei mir war es irgendwie übel komisch ich mit dem hammer aufpassen weil du mich dann weg katapultierst du hast mich genau in die reingeschmissen ach tu mir leid ey alles gut gutes material bildmaterial habe ich jetzt schon ان kame kameh dekam ich bin richtig rasiert die arme fortnite communityby lix bläm 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 und stell dir vor du spielst mit bauen und da da hat jemand dego smash mh mh die wolke Also zuerst Deko smasht, dann Kamekameha Kannst du bauen, was du willst, weißt du Ja Kamekameha Ich wünsche ich hätte vor, nicht auf dem Computer Wieso? Dann wäre, ich will die Grafik haben, die schöne Grafik Bonk, schön, copy, jump Ähm, wo gehen wir hin diesmal? Pfff Die sind da hin, danke Das ist ja kein Ort, aber mindestens, wo wir nicht so viele Leute haben Bei dem anderen Ort, wo wir gelandet sind, hat den Vorteil, du hast dann immer den Automaten mit keinem HMH, weißt du schon? Kannst dich immer wiederholen Ja Aber wir sind, das wäre zu weit weg Boah, 6x4m², Alter Bei mir ist jemand Bei mir auch, hab ihn gekillt Bei dir, bei dir Ausgabe mir da Hier unten ist eine mythische Kiste Wo? Irgendwo hier oben Oben oder unten? Da Da Okay, überfro Okay Ich nehme ihn, weil ich Ich bin gut damit Ja Dieser Typ hatte eine Krone Dürfst du dir die wieder geben? Hey Vortex Gmz, danke für dein Follow Wer hat eine Krone? Äh, dieser Typ, den du getwittet hast Wo? Sag ich nicht, nein Wo? Sag ich nicht, nein Ich würde sicher stehen, dass sie nicht weg geht, halt Ich schmeiße rüber Ich will wieder diese Kombi haben Wir haben K mehr mehr H und Dingsbums Dekosmash Unmütliche Pistole nicht vergessen Stimmt Das wär das beste Setup, ne Boah Richtig geil Oh, Schattenbombe hab' ich Was ist das Ding? Schattenbombe, da bist du unsichtbar Okay Es gibt so... Ja, sagst du Die hab' so viel eingebaut jetzt in den Spielen, ne Das ist der Wahnsinn Und so Gadgets, das werden die normalen Fortnite-Player nicht ertragen. Also vier Wochen Deku-Smash und eine Woche Kamikamena. Das sind Kombi mit der Wolke und dann noch mythische... Ja. Waffe, besser geht's nicht. Februar geht ja nur bis 28 Tage, also sind wir eigentlich fast... Eigentlich ist das überschnell. Boom, Februar. Weil, wir haben dann noch 10 Tage Season 1 von Kapitel 2, äh Kapitel 3, Kapitel 4 und dann Season 11, äh Season 11, was sag ich denn da? Ich meine, Season 2, Kapitel 4 ist am 11. und 3. Ohne Uzi. Wieso? Nur für meine guten Freunde. Eigentlich wie geht's denn Katzen? Nice. Wie, einer schläfst und einer kuschelt. Hier ist ja auch tote Hose, ey. Ey, warten Sie auf mich. Nimm das andere Auto. Okay. Weißt du nach, wo du überhaupt nicht, äh, Motorrad fahren kannst? Das war lustig. Und dann sagst du so, die ist so fett, aber hinter mir. Die ist so fett. Mama. Ach, das war ein Assos. Oh, Schatten, hier ist die Schattenbombe. Guck mal, was ich die machen kann. Guck mal. Echt unsichtbar. Das ist ja nice. Was ist denn durch die Wand? Aber keine Ahnung wie. Da alles jetzt im Game drin ist, ey. Das ist so krass. Wird vielen keinen Spaß mehr machen. Müll wieder hier. Da ist noch ein Hammer. Geil. Ich hab jetzt gelacht, wenn der Container mich killt, weil ich drunter stehe. Das ist ja so typisch ich, ey. Oh, wir sind in der Mitte. Das ist nicht so gut. Sandwich-Alarm. Da hinten ist was. Hammer, Hammer, Hammer. Wo? Da ist ein LKW und da läuft einer. Da geht mir vor, Achtung. Boah, wie langsam die fliegt. Der ist abgehauen. Und ja, alte Sachen wie Ballons sind, äh, die Realsieserweiterung, Ballons, Luft, die Kurs und sind wieder drin halt. Okay. Aufwerten? Ne, die Waffe ist zu schlecht zum Aufwerten, die mag ich nicht. Die haben jetzt alles gelootet, die Jungs hier. Da brauchen wir gar nicht mehr schauen. Wobei, das ist noch eine Kiste. Nehm ich lieber. Jetzt hast du alles blau und zwei pinke Sachen. Okay, da vor uns ist was wieder. Hier, Hammer. Echt, die hört man echt laut, diese Hammer, ey. Wir sind jetzt direkt in der Mitte. Wir können von allen Seiten angegriffen werden. Wir bewegen uns mal so zum Rand wieder. Ja, rechts, rechts, rechts. Bewegung. Der ist in den Rift rein. Ja, wenn das Schild, äh, Breaks, also kaputt geht, dann wird er instantly ein Rift platziert und dann wird er zum Rift gehen. Aber warum hat man das? Das ist so ein, so ein, so ein... Realsieserweiterung. Ja. Ach was. Da hat das im Spiel drin, das hat mit Fortnite nichts mehr zu tun, der Wahnsinn. Da hat das mit, äh, nicht mehr mit Fortnite zu tun, sondern mit... Oh, oh. Ich hab gerade Kamekameha gehört. Mann, wir haben keins. Oh, da kommt, da, guck auf Katze, da kommt Kamekameha. Wir haben vor uns auch irgendeins. Hier. Über uns, da fliegt's. Landet es dann irgendwo? Ja. Kann man nicht runterschießen. Boah, das landet ja am Arsch der Welt. Nee, da, das sieht, das sieht so aus wie ein Meteorit, ne? Ja, da hinten ist er jetzt. Aber der landet richtig außerhalb der Map, der Zone. Der ist weg, schau, der geht über die... Da ist es. Das ist richtig fail. Schaffen wir das? Keine Ahnung. Ja, wir haben noch eine Minute. Scheine Ahnung. So schaut es aus Du darfst es öffnen Uah, warte ich muss jetzt schauen was ich hier wegwerf Nice, gut gemacht, gut geschafft Ballon Party Guck mal was ich hab Ballon Die gibt's auch wieder Ja Nee, guck mal wie hoch ich bin Hier in der Stadt bleiben wir mal kurz Hier land ich, hier ist, äh, da Oh oh Boah, der hat mich fast erwischt, wo ist der? Der ist da hinten Geh'n nicht, wo? Nein! Beide, beide wieder unten Warum waren die zusammen? Ah Kotz im Strahl heute Ja, die sind alle da Wichser Gleichzeitig Ah, das ist ärgerlich Das weiß ich Bereit machen? Oh, hat mich das jetzt eingekrotzt Der Kill, ey Aber ist echt nice mit dem Aber das KMH ist irgendwie Hat schon was Ich hab halt das, äh, gejustt, ne Das KMH, und dann bin ich runtergefallen in das Haus Und dann standen halt beide direkt vor mir, ne Richtig kacke Bist du schon draußen? Äh, ich bin bereit Ich bin in der Lobby Oh Ich komm raus Voll wenig Skins Bist du, es gibt so nen Favoritentanz von mir, ne Aber ich will nicht sagen, dass du das kaufen musst Elektroswing, Digga Einfach bester Tanz Zeig mal Zeig Das ist so auf der Dritten Tanzseite Okay Alles Musst du mir aber nicht kaufen Wenn wir epischen holen, kriegst du ihn Dann hast du noch 500 V-Bucks Ja, ich kann dich wieder aufladen, ist ja wurscht Das genügend Geld, nein, du musst ein Ritip bezahlen vielleicht, keine Ahnung Ja, weil das paar Euro ist da Ne, cool wär halt, wenn man durchs Streaming und durch die Videos so, keine Ahnung, 50 Euro im Monat verdient oder so, dann könnte man davon das kaufen Auf YouTube schon Auf YouTube brauchst du 1000 Follower und 4000 oder so, weiß ich, wie viele Minuten Wiedergabe, Zeit und folge Kriterien, bevor du überhaupt Geld kriegst Ich hab da jetzt erst 184 Follower auf YouTube erst Man muss erst mal so 1000 von News kriegen, dann kriegt man ja erst so Die 1000 Follower auf YouTube, die sind gar nicht so das Problem Aber die anderen Kriterien, die beiden Du musst viele, viele tausend Stunden Wiedergabezeit hochgeladen haben, die die Leute angeschaut haben Dann kriegt man erst Geld Ja Kannst du so viele tausend Follower haben, wie du willst, ohne die Wiedergabezeit kriegst du das nicht Das heißt, die Videos müssen halt auch geschaut werden, das ist halt das Thema Also so viel Wiedergabezeit, also bis zum Ende, solange man ein Zuschauer schaut, kriegt man auch so viel Geld YouTube zahlt halt dafür auch sehr gut, ne, aber TikTok halt ein paar Euro immer bloß Ich hab jetzt ein Video gehabt mit einer Million Views, lass es 15 Euro sein, höchstens Oder 10 Euro Wow, 15 Euro für eine Million Views Und solche Videos machst du halt mega selten, ne, ist ja nicht so, dass machst du die ständig Manche machen das jeden Tag, so eine Million Ja, die halt so krass viele Follower schon haben, ne Haben dann schon ihre 1000, 2000, 3000, 4000 Euro Einnahme, ne Dann machen schon Kohle damit Die Einnahmen von, von den Plattformen Twitch, Youtube und so, das ist ja nur ein geringer Teil Die verdienen ja durch die Werbedeals Die Geld Schaut ab Bei uns ist jemand Vielleicht, vielleicht mal eine Waffe Ich habe einen Busch gefunden Ich habe einen tollen Busch Lass mal die Sicht versperren mit dem Busch, gar nicht so schlecht Na, Waffe endlich Werft den Busch auf die, warte Oh, wer schießt hier unten Harley Quinn Hahaha, gebuscht Mann Da hinten Da hinten Da hinten Ich will hoch und sein Loot holen. Luftikus. Und auf jeden Fall ist KMH wieder, ich will damit noch ein paar Kills machen für Youtube, äh doch auch Youtube oder Tiktok Videos. Und dann auf einmal kriegst du so 1000 Abonnenten. Ne? Wichtiger beim Video ist auch der Schnitt und so, der Sound und so, da muss ich alles dann schneiden immer. Bei mir. Sonst so, alle so bäh, was ist das? Ich hab manchmal auch Flamer, die schreiben voll den Scheiß, beim letzten Video das fand ich selber nicht so geil. Schreiben welche, äh du Noob spielst null Bound und hier und da und solche Sachen halt. Bro, manche mögen halt einfach nur, nur Bound oder Bound halt. Hier sind ganz viele da oben. Die müssen auch massagieren, dass, äh, Leute auch andere spielen. Ich kümmere mich um, äh, hier diesen Spin. Boah, ich wurde geblockt von dem Stein, ich konnte nicht ausweichen, der Rakete. Pass auf, da kommt ein Team, geh weg, geh weg, geh weg. Die pushen. Ich hab keine HP mehr. Sind die im Haus oder bei dir irgendwo? Noch ein Team, nicht der, es sind noch mehr. Weg da. Die meine ich. Ne, da sind noch zwei, zwei sind da noch. Renn weg. Drive. Noch ein Team. Da sind sie. Im Haus drin. Kommen wir gleich raus oder schauen aus dem Fenster. Ich hab keine Munition. Eigentlich sollte man hier weg, das ist dumm. Außer hinten. In nem Sandwich, da hinten ist auch was, ein... Ich hol mich mal schnell, komm, 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 ja. Komm, komm. Schaffen wir nicht, die kommen jetzt gepusht, mehrere. Warte. Hol schon mal für uns beide, äh, Trank-Ball. Ich glaub das ist ein Bot. Hol mal für uns beide Trank-Ball bitte. Hab ich. Danke. Ja. Hahaha. Der ist einfach mal RIP. RIP den Piep. Gönn mir noch die Wolke. Vorsicht. Geh schnell weg. Boah. Das war wirklich knapp. Ich hab meine Wolke verloren. Warte. Hier. Waren die von vorhin? Seh sie nicht. Wo sind die? Die verstehen ja alles. Das kann ja gar nicht mehr. Ich hab das Haus weg gemacht. Die Zone kommt. Der muss kommen. Der ist da hinten lang, der geht anders rum. Hier irgendein Auto oder irgendwas? Motorrad? Nichts? Wolke, Wolke. Ah ja, stimmt. Nice. Hi, grüß dich. Servus, Fabi. Da vorne ist ne Tankstelle. Was ist das? Achso, das ist dein Leiter. Scheiße, wo hast du dich her? Äh, von mythischer Munition. Dieses, äh, Dings. So. Du musst nicht. Boah! Hohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ohhohoho. Von hier unten sieht es so kumm, so milchig aus. Hat dir eine kassiert jetzt, ey? Ich brauch noch nen Kreim haben wir sind schon wieder leer. Ich kann dir meins geben. Oh, ich hab auch eine. Ach ne, Quatsch, das ist nur ne Uzi. Ich kann dir ruhig einmal eine geben. Bitte. Nicht mal Danke sagen. Doch, nice, danke. Besser. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Warte, ich kam hier, haben wir high ihn. Warte. Bam, Scheiße daneben. Oh Mann, war das Fail ey. Ne, ich hab TikTok ausgemacht. Weil, mit TikTok läuft's gar nicht. Und selbst mit TikTok alleine läuft's nicht flüssig, das kotzt mich grad an. Das muss ich irgendwie mal einstellen. Ja. Okay. Muss ich einstellen, das läuft überhaupt nicht rund, wenn nicht beides läuft. TikTok hat halt den Vorteil, dass da viel mehr Zuschauer sind. Da hast du halt einmal bis in der Spitze 100 und mehr und so. Das kann schon mal hochgeticken. Also, wenn du irgendwie nur TikTok anhast, dann leckt das trotzdem. Ja, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen hab ich jetzt TikTok aus. Eine mythische Pistole. Nice. Warum nicht kriegst du das dann auch? Das heißt, mythische Munition. Wo, wo, wo ist die? Wie kriegt man das? Liegt das einfach rum? Äh, äh, Realitätserweiterung. Realitätserweiterung. So, nice. Bei Twitch ist halt ne tote Plattform für mich mittlerweile. Ich hasse sie. Du kriegst als kleiner Streamer so gut wie nie Zuschauer. Weil du irgendwo im Arsch der Welt im Ranking bist. Und bei TikTok wirst du halt trotzdem gespielt. Die Leute können den Stream sehen, weißt du? Ja, weil es auf, auf Handy ist halt. Und die meisten, ja genau. Und die meisten mittleren Streamer sagen auch. Oh, hier ist der Takuman. Die meisten mittleren Streamer sagen halt auch, dass du ohne Beziehung halt nicht weiterkommst. Willst du Eis? Eis? Gib Eis. Danke. Bring das. Ähm, macht, äh, Fuul-Hilf. Hat sich gibt ja. Oder so ein bisschen. Also das mythische oder exotische Eis macht Fuul-Hilf. Der schlopft dich zu. Na gut. Ja, der wirft ein bisschen viel Eis. Obwohl es Weihnachten ist. Ein Kamehameha mehr. Weihnachten. Dead life. Äh. Gibt's hier was? Da hinten, da hinten. Da hinten ist Kamehameha. Boah, am anderen A- Ne, da gehen wir nicht hin. Ja, da kommt jetzt auch so noch. Wenn wir jetzt hier in die Stadt kommen, lass uns mal hier kurz ein bisschen campen. Ich benutze jetzt nur noch die mythische Pistole. Also die kommen dann aus der Zone, wenn sie kommen. Aus der Richtung. Hier in die Stadt. Hunderbro. Ich guck hier auf der, äh, Treppe. Die kommen. Ich hör. Ich hör sie. Unter uns. Äh, schleichen. Schleichen. Sonst hören die uns. Weil wir auf dem Präsentierteller sehen die aber. Da kommt, äh, was? Oh, da, da. Nicht schießen. Alleine? Ich glaube nicht. Warte mal. Oh. Weggegangen. Liegt was? Der hat die Wolke benutzt. Da kommt, äh, da. Das ist direkt da vorne. Das ist direkt da vorne. Ah, ich bin wieder beschossen. Ich flieg mit der Wolke hin. Oh, der schießt mich aus der Luft runter. Hier Eis. Hier ist Eis. Oh, ich kotze gleich im Strahl. Ganz schön, alles weggemacht. Das Eis für dich. Echt Eis mitgenommen. Schlecken. Ich nehme mal die zwei Wolken mit. Ich werde auch live. Wo krieg ich das her? Lass mal da vorne ins Haus. Das wird uns aber verfolgen. Hier sind, hier sind Mushrooms für das Schild. Mushrooms. Geht um dein Emote nicht vergessen, ne. Ja. Sehen nur noch neun Leute. die verfolgen uns die verfolgen uns hinter uns ist unsere jagd ich nehme minis mit für notfall ja das ist meine die habe ich weggepackt ich habe ja noch eine wo ist die andere truhe neun leute die sind bei uns die sind bei uns ich weiß das wurde wir müssen wir müssen so eine zone nein daneben scheiße das ist so scheiße heute bereit ja bist du zur lobby gegangen ne ich hab bereit gemacht ach jetzt die drohne an die haben auch noch kronen hoffentlich gewinnen wir jetzt nur mal ein paar accounts erstellen und von twitch und da immer twitch laufen lassen dass ich mal da die zuschauerzahl bekommt ich brauche für abos bin immer zu faul dafür ja oder machen vorne als account noch ein neun mit also ein neun dann ladst du ihn in die runde ein man muss aber gruppen an gruppen lead sein und dann musst du ihn raus und dann musst du verlassen mit dem neuen account halt sodass wir nur bots kriegen so schon mal gehört ja twitch app ist so kacke man weiß nicht wo man sich abmelden kann ich check's nicht kann ich mich nicht abmelden bei twitch ach da ist er ein scheiß aber mach jetzt nicht wenn du live streamst ne ne ich hab nur ein handy gemacht ach Mist ich hab keinen neuen account angelegt schade ich find's hier am besten eigentlich dann können wir uns das kmr mehr aufhaufen ja Fabi dank dir aber ich muss das permanent laufen lassen wenn ich live bin aber ich weiß gar nicht ob ich ich weiß gar nicht ob ich twitch noch weiter pushen will ey lohnt sich gar nicht mehr ich hab mir überlegt mit tiktok zu bereinigen und da weiter zu streamen und parallel youtube der twitch ist nur noch eine plattform für die großen neue streamer haben da keine chance außer du schleimst da bei den großen und lässt dich hosten und so oder du kaufst einen virus äh weißt du noch wo du das eine mal geradet wurdest aber ja von über 1000 leuten ja und da waren das alles bots und dann dieses komische lied war so tüt 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 alle lang ich hatte 2000 follower auf einmal gekriegt oder so und dachte ich mir was ist da los ich hab irgendein host bekommen raid von riesen streamer dann war das bloß so ein bait weißt irgendwie so ein typ der so fake accounts hatte schade oder ja voll warum nicht passiert das nicht nochmal montier macht das ja manchmal der geht zu kleinen streamern rein und schenkt denen dann keine ahnung 5000 euro oder so was du ja nicht kannst halt weil du hast das ja nicht an ja ich kann es nicht ich hab aber der macht das ja nicht über abo der macht das über paypal spende halt ne aber das habe ich auch ausgeschalten könnte ich anmachen spenden aber das will ich nicht dann musst du noch irgendwas bezahlen halt ne das ist nicht das problem weil bei mir sind halt immer welche die wie du ne die ich gut kenne und die so schauen und von denen will ich kein geld haben aber auf tiktok ne tiktok ist wurscht die coins kriegen die leute geschenkt die zitrunen öffnen 5 rosen sind 5 cent und davon kriegt tiktok 4 cent also habe ich 1 cent von 5 rosen glückwunsch aber wenn ich dann auf einmal 1000 rosen sende wieviel hast du dann aber das weiß ich gar nicht 1000 rosen ist ja 1 euro ne 10 euro oder 10 euro ja 10 euro ja waffen daneben ich habe keine waffe ich habe bloß diese schwertpistole das ist eine in dem baum das ist eine grüne dmr nimm doch nimm mich also nicht vergessen das heißt mythische munition halt vor mir vor mir ok ich komme ok ich komme ok ich komme 2 2 3 2 3 4 ist dir aufgefallen ich glaube dir fast jeden kill aber nicht absichtlich ja weiß ich ich nehme mal das medigrid mit für notfällen boah wieder hinter mir ich hasse diese sandwich getue hier immer bild ist schon wieder weg die entdeckung auf dem dach da oben sehe ich das ist der oh headshot aber ich habe ihn nicht getötet und jeder seite und ich sehe die nicht da hinten ist auf jeden fall was und da unten am haus noch wenige chemisch mal hinten läuft der an dem haus ist der oben drauf im dach hinter dem haus ist der jetzt gehe ich mal auf dem dach wo hinter mir hab ihn auch nice ich glaube wir haben sie rasiert ich habe ihnen jetzt erstmal schon ganz viele headshots gegeben aber wir haben jetzt mal kurz ruhe dann hole ich mir das kmh mh du nimmst einen sich holen warte für dich ich habe für dich geholt also ich kann die wolken nicht für dich kaufen ich habe nur noch 54 ich weiß mal das schildding hier ich weiß mal das schildding hier danke unterhört ja das ist äh nur Trangball da hinten solche braucht man aber fast auch ey aber diese Kombo ne meine ich ja die Kombo ist halt krass die die dann dass die Da fehlen nur noch... Was, wo ist Deku Smash? 27 Schaffen wir das noch? Seit 2 Minuten, ne? Schaffen wir Nein! Mann! Boah, bin ich erstrocken! Ich habe mich aus Versehen verglichen, nein! Ich habe einen Der andere lässt nicht auf sich warten wahrscheinlich Äh, du hast ihn doch getötet Ja, aber das sind ja... du Da hinten bei der... da sind welche Wo? Da hinten? Die haben Deku Smash Da ist noch einer, da hinten, hier Wo denn? Von Berg da oben Von Berg da oben Von wo? Äh, von oben bei... vom Berg Bei der Burg da oben Wo schon? Äh, duck dich! Beschäftigt zum Glück Die kommen, die kommen Bleib geduckt, bleib geduckt Guck mal da! Die kommen, die kommen Warte, warte, warte Ich brauche viel Weg, weg, weg Weg Die sind nie bei mir Bei mir Eine Karte gleich Sind die noch bei dir? Ja Ja Ich glaube, die haben jetzt Kamekameha Wegen mir Sag mir, was die machen Äh, die sind bei mir Mein Loot genommen hat Bin ich noch da? Ich glaube nicht mehr Darum gehts ja Dann krieg ich die Karte Wenn ich drüber fahr Boah Was? Wie mach ich das Radio aus? Äh, ich kann halt ne Ahnung Mit irgendeiner Station Wo ist es am günstigsten hinzufahren? Ich hab überall Fallschirme bei mir Ich kann halt nicht in der Zone Ich kann halt nicht in der Zone überleben, weil Ich hab keine Greenlife dabei Ich hab Verfolger Wenn ich das jetzt aktiviere, ne? Und dann mal Sirene Dann kommt Sirene, ne? Darf ich das? Oder sterbe ich dann? Kommt Tix Boah, jetzt kommt, jetzt kommt da jemand Ja, fahr weg, fahr weg Das ist ein Einzelgänger Nee, ist er nicht Nee, ist er nicht Flieg mit ne Wolke Ja, warte gleich Im Baum hängen geblieben Im Baum hängen geblieben Scheiß Die kommen mit Motorrad Geil War das geil, ey Boah, die sind jetzt so aggro, sag ich dir Deku Smash gegen Kamigameha Wer hat's gewonnen, Kamigameha Ne? Ja Boah, war das episch, wo kann ich die holen? Äh, der letzte Revive Brust ist glaube ich Bei der Citadel da Flieg da mit Wolke hin Schau mal, ich hab nur ne Schrotfinder Ich hab nichts anderes Boah, das ist episch, ey Ich hab so geile Eclipse schon wieder Das ist mit reales Hammer Hammer Ich hab... Einen Schiff hier Kommt schon wieder was Nein, ich wollt Deku Smash machen Mach weg, mach weg Mach weg Mach schnell, mach schnell Reboot Mach schnell, mach schnell Reboot Kamekameha gegen Kamekameha, ne? Sollte ich mir jetzt auf jeden Fall mal eine Waffe zum Schießen holen, würd ich sagen. Ich muss auch ne Waffe holen. Meins. Nehm ich denn, die haben nix gedroppt ey. Ich hab da Kamekameha und ich hab da die Wolke. Ich schmeiß den Hammer weg. Oh hier, Schildriss. Wenn mein Schild weg ist, dann teleportiere ich mich weg. Ich brauch ne Mainwaffe zum Schießen. Gibt's doch nicht. Ich geb dir meine. Warte, warte. Ah, irgendwas brauch ich. Nur ne Schrotflände einstecken. Geh mal auf die Burg hoch. Bist es du? Bist es du? Ja, aber wieder aus Versehen. Seht da unten welche? Ich bin, warum immer aus Versehen, ne? Bei unten. Bei unten. Ich bin da im Haus. Da hinten? Geh weg, geh weg! Da ist ein KMH hier! Wo? Da? Da ist ein Deku-Smash, alles! Warte, das wollte ich holen. Ich hole den Deku-Smash. Ok, ich hole den Deku-Smash. Ich nehme nur noch zwei. Moment. Ich hab einen, ich hab einen! Der letzte! Wo ist der? Der ist immer ein Stein oder so. Keine Ahnung. Der ist hier auf dem Dach! Der ist hier auf dem Dach! Nein! Der ist gut! Jetzt geht's um deinen Emote! Boah, ärgerlich! Der ist wirklich ärgerlich! Boah, der kann mich treffen, ne? Der ist ja Luftfulder, der holt dich! Der holt dich! Ja! Du kannst abbrechen! Nein! Hohoohohooo! Module in der Strica reichen! Ich muss erst mal runter kommen! Danke was war ich jetzt! Den Sieg habe ich gebraucht! Das war eine perfekte Runde, mit geilen Clips! Ich habe ausserseentlich auf , auf abbrechen gedrückt. Mach vorum! Alles gut. Ich habe ja auch gefehlt. Ich wollte hier dieses Deko oder keine Ahnung, wo das war. Oder was auch da war. Aber da wird schon richtig geile Runden jetzt mit dem. Hier machen wir bereit. Was trinkst du oder isst du? Eistee. Zitrone. Mh, Eistee. Mh, Schoko-Zitrone. Mh, Schoko-Zitrone. Mh, Schoko-Zitrone. Und ja, ich würde dir nur sagen, dass ich eigentlich die 1000 geknackt habe. Also bei Karriere. Aber es war so lange her, wo wir uns getroffen haben auf Twitch halt. Hallo. Hörst du mich? Ja. Ja, ich habe gesagt. Aber, ja. Es war auch lange her, wo wir uns getroffen haben auf Twitch. Das stimmt. Das stimmt, ja. Welche Season war das nochmal? 1, 2, 3 Star Wars. Ich meine Season. Ich habe den Namen mir gemerkt. 1, 2, 3 Star Wars. Vielleicht kann ich mich wieder umbenennen. Ich frage dann mal Epic, wie ich mich wieder umbenennen kann. Komm, ich gewinne mir jetzt mal. Doom. Das Problem ist, manchmal ist es sinnvoller, mit der Waffe zu spielen. Aber das ist so geil, mit diesen Skills zu arbeiten. Da neigt man dazu, dann doch damit zu schießen. Ey, das waren so geile Skills, ey. Ich habe so geiles Bildmaterial, aber das muss ich erst alles schneiden. Das dauert wieder. Ich glaube, das war heute bis früh morgens, oder was? Ja. Das mache ich heute nicht mehr, obwohl ich echt Bock hätte. Ach, das bist du. Wir sind Kleider. Jep. Was ich nur brauche, ich gebe dir dann mal als nächstes Mal. Schau mal, was ich gefunden habe. Geil. Ich gebe dir dann nächstes Mal die mythische Version von der Pistole. Was ist hier los? Was machen die? Was? Die haben Emotes gesp... Die haben Emotes gespammt. Oh, die töten sich selber. Na ja, lustig jetzt. Dann auf TikTok vielleicht, was sind das für Debs? Die haben sich zugewunken und so, weißt du, die Emotes gemacht. Ach, die wollten Team. Die wollten Team. Das ist nicht erlaubt. Ähm, hier. Fortnite. Ja. Oh, ich habe... Hä? Da. Guck auf Karte. Da ist Goku. Gaga, aber wir kaufen sie. Ich habe noch Kohle. Wie viel denn? 3,5. 3,5. Ne, 2,9. 3,5, 100. 2,9. Richtig? Ja. Ich habe extra 5.000 Gold gespart. Guck mal, hier ein rustiges Auto. Was ist tot ist. Die schauen mir jetzt zu. Ich bin voll angepisst. Einer schaut mir auch zu. Na, die dürfen ja nicht streamen, weil... Sonst werden die ja vielleicht eine Warnung oder einen direkten Instant-Bann für 30 Tage. Ehrlich? Ist das wirklich so? Na, manche können für 1000 Tage gebannt werden. Das ist eigentlich... Das sind zwei Jahre. Drei Jahre so rum. Warte, Rade... Sag mir nicht. Oh, da hat die Rade. Habe ich gerade gesagt. Die Fanta's Position. Ah, da. Tolle Musik, die ich hier gerade höre. Hä, wo ist denn diese Kiste? Ich nehme das hier mal ein. Bei mir. Habe ich ihn. Der Freund ist da hinten. Ah, hier. Ich kaufe dir auch eine. Danke. Ich weiß nicht, ob die Wolke mitnehme. Ich nehme lieber mal... Boah. Und wo? Die sind gut, die sind gut, die sind gut. Nein. Habe ich gesehen? Nee. Die waren auf mich gerichtet. Wie sehen die mich nicht durch den Busch? Wo kamen die denn auf einmal her? Die sehen mich? Warte hier mal einen Moment. Oh. Die Drohne. Fuck. Die sehen dich aber nicht, wenn du dort drin bist. Ja, auch wenn die pingeln. Ja, dann sehen die sich halt. Möchtest du, wenn die mich sehen? Die gehen genau auf mir zu. Jetzt haben sie mich. Ja, du hattest gepinkt. Wie konnten die das sehen? Die sind beide in der Drohne. Die müssen sie erstmal abbrechen. Ich wünsche dir, dass ich jetzt die Wolke mich genommen habe. Geh zur Tankstelle. Gibt's meistens Autos, ne? Und versteck dich. Erstmal. Oder fahr einfach weg. Nee, da ist ein Automat. Mit, äh, Biggies oder Minis. Ich hab ein Auto, dann kann ich hier erstmal abhauen. Du fahrst mit Taxi. Du fährst mit einem Taxi. Sag das mal bitte. Nö. Aber ich bin deutsch. Ist doch schrecklich. Nö. Doch, ist es. Nö. Nein. Du fährst mit einem Auto. Du fährst mit einem Taxi. Was soll ich jetzt machen? Soll ich da hinfahren? Mach aber leise. Hast du noch Zeit? Ja, du hast noch Zeit. Das ist in der Zone. Die werden doch da nicht mehr campen, oder? Das wäre doch richtig fail. Ich weiß nicht. Das sind Slashies für hier. Also, über den Schwung. Du kannst auch Fuß machen. Die sind nicht da. Ich hab sie nicht gesehen. Wenn die da jetzt campen, ne? BG, ey. Wie assi wär das denn? Wer macht denn sowas dann? Assi wie assi. Wer macht denn sowas? Kämpfe ich einfach. Ist ja wurscht. Keine Ahnung. Kannst du mich hier re-wifen? Haben wir, haben wir, haben wir. Kann ich gar nicht. Du kannst nur eins mitnehmen. Reifigen. Hier hinten ist keiner mehr. Ist ja genau in der Zone. Die kommt gleich. Na, mindestens bin ich wieder am Leben. Ja, und du hast den KMH wieder. Und die Wolke. Ja, und du hast den KMH. Unseres Dekosmash. Darf'n wir nicht, oder? Scheiß drauf. Okay, jetzt sind wir wieder im Spiel. Du brauchst noch Schild. Hab ich wieder. Könnt was sein. Hier sind die, äh, hier, hier, hier. Für, danke. Hast du irgendwie Munition für, alle? Gegner. Krass. Mach' ihn weg. Ach, da oben. Auf der. Oh, da. Da ist Piggy. Nimm, 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 bevor die Zone kommt. Hinter mir. Hinter mir, Piggy. Gut. Geh, geh. Gegner, 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 Maus. Nice. Niemand kann ihn töten. Und mich auch. Außer manchmal. Da oben, da oben. Äh, wo? Die ist hier einfach nicht. Ballons, da oben. Auto, oder Drohne. Mach' die kaputt. Schon schon markiert. Genau. Da, da sind sie. Renn' grad runter, den Berg rechts runter. Geh weg, geh weg, geh weg. Hinter uns kommt was. Hinter uns kommt was. Ich hab' Hammer. Ist hier so Dekosmash? Shrankboy und Dekosmash an derselben Stelle? Bin so gut wie tot. Er revived einer. Scheiße. Ich glaub' mich hat ein Bot gekillt. Der ist da unten am Baum. Okay. Geh' er zu dem Baum. Da ist er. Ich markier, wo der ist. Der ist da nicht hin. Der ist da. Hinter dem Baum. Weiß nicht. Der läuft da rum. Siehst du ihn? Mhm. Der hat ja Bot gekillt. Und hau' jetzt sofort ab. Ich kann die goldene Waffe nicht wegwerfen. Wenn die Schruffle nicht wegwerfen müssen. Egal. Wir müssen kurz mal schleichen. Wir müssen uns verstecken. Ich brauch' unbedingt Heal. Aber wir müssen ja zur Zone. Ja. Neben uns. Der Bot. Ich geh' mir schon mit den anderen. Er revived ihn. Boah, ich bin gedriftet. Oh, einer P. Einer P. Ich bin gedriftet. Ich piss mich irgendwo in die Richtung. In der Hoffnung, da ist keiner. Ich hab' einer P. Guck mal. Hier, komm zu mir. Einer P. Boah, lecko mio, ey. Ich mein' das ist irgendwas. Eiko Mio war das hart grad Ich mit einer P hier ne? Also ein Queen Life halt Schau mal schon hier 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 Ah ich hab schon Hier Splashys Danke nimm 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 Danke Hier drin Ah da kommt irgendwas Ich geh zum Loot Shop da unten Nimm äh das Spray mit Nein da war meine Waffe nicht Stopp Ich weiß nicht was ich austauschen soll Achso Bin zu doof jetzt hab ich's Ich bin zu doof was? Gott ich konnte es nicht aufheben Okay 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 schleichen nicht laufen Da hinten ist Dragon Ball Drohnen da fliegen Drohnen Oder? Ja 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 da liegt der unten auch Eigentlich wär die gar nicht so schlecht Warte mal Gleichen Da oben ist äh Trang Ball ich hol die mal für dich Die Drohne ist weg Bin runtergefallen Ich ffff Scheiß auf dieses Game Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Gibt's net Ich komm net hoch Komm net hoch Hohe spinn Bin ich doch Ah da geht's hoch Ich wär's ausgeraged hier ey Ja da äh Wir müssen zusammenbleiben Wir müssen zusammenbleiben Wolke Wolke und äh Warte warte ist vor uns Da ist Wolke und Kamea Kamea Ich hab ein Kamea noch Ja über uns hier Nimm es Nimm lieber den Hammer Hinter uns Irgendwas fliegt über uns Über uns Der hat die Wolke genommen Wieso hab ich denn nicht einmal getroffen? Ich hab ihn Nice Geh weg, geh weg Ihr macht 2 Mega mehr Hinterkunk Äh geht weg Ja Kämpfen zu zweit Kämpfen zu zweit Da sind noch 2 Hab einen Perfekt Hab noch einen Heilige Scheiße Der hat den Rift genommen Bei dir ist auch noch einer Hab ihn mit dem Hammer Ne Bei mir Bei mir Hab ihn gelegt Der Letzte Yes Nice Ja man Wir haben Boah war das ein geiler Fight Der hat Spaß gemacht Jetzt musst du mir das schenken Ja auf jeden Fall Rück zur Lobby Als eh die letzte Runde Als eh die letzte Runde Also was willst du? Elektroswing Äh Ach da Hast du Danke So Hat Spaß gemacht Echt geiles Update Und geile Runden Hat richtig Fun gemacht Das weiß ich Geiles Bildmaterial zum Schnippeln von Videos Dazu noch Und dazu noch einen Gewinn Oh ja Den brauchen wir Ein coole Kills dabei Also ich muss jetzt aufgehen Okay Hau rein, wir sehen uns Ciao Ciao